servus und willkommen zurück in der bundesfirma stadt zu einem neuen video schön dass ihr wieder mit dabei seid und heute gibt es tatsächlich immer wieder ein tag video ja ich habe schon eine ganze zeit lang kein video mehr gemacht ja es kursiert da immer mal wieder welche also vielleicht hat mir ja schon mal jemand wieder zu warnen tech detect und ich habe es nicht mit kurzer hinweis deshalb jetzt aber vorweg wenn ich an einem tag wenn ihr entscheidet ich sollte doch bitte an einem tag teilnehmen dort schreibt mir bitte entweder über e-mail oder facebook oder weiß der geil was anderes schreibt was in den kommentar unter video das am allerbesten ist gut für den algorithmus oder erwähnt es mich irgendwie da mit dem symbol dabei bei dem video oder so ich schaue halt nicht jetzt video an ich schaue nicht jetzt tag video an das schaffe ich nicht ich schaffe es einfach nicht innerhalb dieser film community die ganzen videos anzuschauen das ist zeitlich schlecht machbar deswegen kann es sein dass einmal was an mir vorbeigeht das ist keine böse absicht weil ich mache immer gern jeden viele fans damit auch diese ganzen tag videos und so ich meine warum nicht das ist nicht viel arbeit da kann ich mich vor kamera setzen und einfach schwafeln und fertig und dann passt es aber das ist dann auch mitkrieg welch getaggt wurde zum beispiel wie jetzt zuletzt auch dave der liebe dave von daves movie place grüße gehen raus der jetzt da ja den technik macht den tag gemacht von aquifels film stube ecke ja sowas in die richtung auf jeden fall wo es ja wo man irgendwie filme rückwärts vom geburtsjahr ab ja da in die kamera halten soll das wird noch ein bisschen länger dauern bis ich den machen kann der kommt aber finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant muss ich tatsächlich sagen aber heute kommen erst einmal zu einem anderen tag und zwar wurde ich da getaggt vom lieboli von lederchen gruselkiste ganz ganz liebe grüße gehen raus an der stelle auch wenn da ordentlich gebumst wird ja den schaue tatsächlich sehr sehr gerne den leder das ist ein verrückter das kann also der wahnsinn ich liebe seine reviews einfach ja vor allem die großartige review zu possession die war ja der oberhammer ich habe leider inzwischen immer noch nicht gewacht ja kommt aber noch definitiv und er hat mich getaggt eben zum horror und grusel tag fragen rund um den horror film der wurde anscheinend designt von kanal analytics studios von dem habe ich noch ehrlich gesagt gar nichts gehört muss ich mal reinschauen der hat eben diesen hocher und grusel tag ins leben gerufen ich finde jetzt von den fragen her er hat das jetzt wirklich was mit horror und grusel zu tun ist oder eher ein bisschen was mit zensur zu tun oder sowas aber egal es sind acht fragen und die kammer relativ schnell auf frühstücken ja das ist jetzt nichts zu wildes eigentlich sind es lauter ja nein fragen den kommen also eigentlich innerhalb von 15 sekunden so ungefähr machen ich versuche natürlich dass ich dazu nur ein bisschen was erzählen kann am schluss täglich da noch jemanden und dann haben wir das auch heute am sonntag am heiligen sonntag erledigt kurzer hinweis jetzt noch vorab sammlungsoverview das werde ich heute einfach nicht mehr schaffen die kommt dann wird dann auch am montag wieder kommen so wie letzte woche auch schon also die schiebe jetzt ein bisschen ich habe jetzt das wochenende und so war ich wirklich vor ich meine habt ihr es gesehen und wir haben ja schon streamt am freitag den 12 heute nachmittag machen wir mit dead space weiter also ich bin vom programm her relativ voll deswegen das ist alles ein bisschen ich muss das alles ein bisschen eintakten dass es passt also ich bitte da um etwas verständnis aber wir kriegen es auf jeden fall geschissen aber jetzt bevor das video ewig lang wird legen wir mal los mit dem horror und grusel tag und der frage 1 sollten horrorfilme verboten werden weil sie gewalt und grausamkeiten verherrlichen können wie wäre es mit nein auf gar keinen fall warum ich mein also generell verbote ich bin absolut gegen verbote erst recht im kunstbereich und filme sind kunst alle möglichen filme sind kunst ich meine es gibt komische kunst ja auch im filmbereich ich sag bloß die diversen lucifer valentine filme ja so blutig dann kommt bei ihr kacke raus aus dem hintern aber auch wenn regisseure ihren eigenen fetisch dort verarbeiten dann ist das auch in ordnung ja deswegen nein natürlich nicht und es gibt da gibt es ja nicht gewaltverherrlichung entschuldigung gibt es ja nicht nur bei horrorfilm wenn man das überhaupt gewaltverherrlichung im horrorfilm gewaltverherrlichung nennen kann ganz ehrlich der gewaltverherrlichendste film glaube ich den ich bis jetzt gesehen habe ist john rambo also das ist das ist eigentlich für mich der imbegriff an gewaltverherrlichung kennst du john rambo ja wo der einfach da hinten der springt auf den truck da drauf und schießt mit dem mg den der vorne drin hat einfach zu klump weil ich finde gerade bei john rambo da wird gewalt schon ein bisschen auch glorifiziert ja ich finde super ja mir gefällt das natürlich ja ich mag john rambo den film und also das gibt es ja nicht bloß im horrorbereich da müsst ihr vielzahl von actionfilmen verbieten oder wahrscheinlich auch aus anderen genres irgendwie aus rahmen oder sonst irgendwas gewalt kommt ja und ist ja nicht exklusiv in horrorfilmen zu finden deswegen nein natürlich auf gar keinen fall verbote sind generell immer völlig fehl am platze ja absolut frage nummer zwei sollten horrorfilme realistische gewalt darstellen oder eher auf fantasie und übernatürliche setzen ja wieder noch beides ja natürlich ich meine was heißt die realistische gewalt ich meine klar es gibt ja unterschiedliche genres und und ich mag auch sehr sehr gar gerade sehr sehr gerne diese übernatürlichen für mich aber erst vor kurzem deathwatch angeschaut der so diese lovecraft schirr in richtung geht cosmic horror der kann ich meine die hat schon ein paar gewalt darstellungen aber das ist nicht der punkt worum es geht oder was ist die essenz von dem film ist da geht es nicht um gewalt darstellung da geht es um grusel ja und eben diesen übernatürlichen grusel und natürlich ist das super das bevorzuge ich auch ehrlich gesagt weil gewalt alleine macht kein horrorfilm aus und ich muss ganz ehrlich dazu sagen die meisten sehr gewalttätigen horrorfilme wirken auf mich häufig eher belustigend also dass ich mich grusel ich meine das ist bei filmen sowieso immer so eine sache schwierig ich grusel mich eher bei games dead space zum beispiel aber ganz generell überbordende gewalt sorgt nicht unbedingt für grusel sondern wirkt oftmals auch durchaus skurril ja ich meine realistische gewalt ja welcher film stellt schon gewalt wirklich realistisch da das sind meistens auch nicht horrorfilme sondern irgendwelche anderen filme die eher so in richtung drama und so weiter gehen deshalb ja aber beides ist ist natürlich völlig in ordnung beides kann gut sein deswegen ja beides einfach ist völlig in ordnung sollten horrorfilme auch in der schule behaupten oder um über ängste und deren bewältigung zu sprechen ja hau halt ab also ich mein unser schulsystem ist so war eh schon grenzwertig ja aus vielerlei gründen und der die lehrpläne finde ich auch völlig teilweise daneben also man lernt in der schule oftmals ein haufen viele fans den man dann im realen leben nicht braucht wo ich mich wirklich freuen würde wäre wenn man in der schule irgendwie ein bisschen soziale umgangsformen lernt oder dinge lernt die man auch im realen leben brauchen kann steuererklärungen machen zum beispiel oder sowas ja das kommt dazu kurz muss ich jetzt horrorfilme behandeln ich mein klar kann irgendwie vielleicht auch weiß nicht in welches fachwürden das passen ich habe keine ahnung kann man natürlich einmal mir haben ja auch filme angeschaut in der schule ja sowas wie bei fiction zum beispiel haben wir angeschaut in der schule horrorfilme ja vor allem was hat jetzt das mit ängsten und der bewältigung von ängsten zu tun ich glaube da muss man anders anfangen und jetzt nicht unbedingt mit horrorfilmen ja ich glaube dass man da auf anderen psychologischen ebene ran muss und dass das nicht unbedingt in die schule gehört und ich kann mir jetzt auch keinen lehrer vorstellen der das entsprechend machen könnte zumindest wenn ich so an meine lehrer zurückdenke aus meiner schulzeit obwohl vielleicht haben sie sich auch zu hause in härtesten schild reingezogen ich weiß es nicht aber ja na wirklich also das muss jetzt nicht sein da gibt es andere fächer und sachen die im lehrplan sinnvoller aufgehoben werden ja auf jeden fall viertens ist es moralisch vertretbar geld für den genuss von angst und schrecken in horrorfilmen auszugeben das ist jetzt moralisch vertretbar das muss ja jeder für sich selbst entscheiden das ist ja das lustige an moral jeder mensch hat ja für sich selber einen ja wenn man so nennen will moralischen kompass ich weiß natürlich gibt es so gewisse mein moral ist außer begriff der ich halte es immer für sehr sehr schwierig weil moral vollstellungen ändern sich im laufe der zeit das bleibt ja nicht stehen was vor 30 jahren noch super moralisch war es ist heute nicht mehr umgekehrt deswegen das ist ja nicht in stein gemeißelt ja und ob das vertretbar ist letztendlich ist es wurscht ob es moralisch vertretbar ist ja für mich ja selbstverständlich menschen sind schon seit jeher seit uhrzeiten fasziniert von grauen und gewalt ja ich meine warum hat es sonst bei die römer und so im kolosseum da irgendwelche gladiatoren kämpfe oder was gegeben und das publikum hat dazu geschaut warum sind die ganzen deppen dabei irgendwelche die zu irgendwelche unfälle hinkommen und machen da fotos und videos und weiß der geier was für irgendwelche zermatschten leute er hört es halt auf wie gesagt leute sind einfach oder menschen sind im großen und ganzen natürlich gibt es auch leute das komplett ablehnen und die das völlig umoralisch finden aber ich glaube ganz ehrlich der großteil der menschheit ist einfach so das ist irgendwie so ein naturinstinkt ja und warum sollte man damit kein geld machen wenn es geld gibt ja und leute gruseln sich gern leute haben einfach spaß daran sich zu erschrecken weil das hat was mit adrenalin zu tun und so weiter deshalb ja natürlich für mich persönlich ist es moralisch absolut vertretbar ich meine schaut euch die an was ich auf einen kanal vorstelle es ist so einiges moralisch vertretbar für mich aber porno hat nichts hat auf keinem youtube-filmkanal irgendetwas zu suchen wenn ihr mich fragt fünftens fördern horrorfilme gewalttätigkeit bei jugendlichen und sollten sie daher eingeschränkt werden was heißt eingeschränkt werden ich meine in deutschland sind ja für mich bereits eingeschränkt ja zunächst einmal zum ersten teil der frage fördern horrorfilme gewalttätigkeit bei jugendlichen nein glaube ich nicht dieses märchen wird uns jedes jahr mal wieder erzählt vor allem wird immer mal wieder rausgeholt wenn irgendwo amoklauf passiert oder sonst irgendwas und der täter zufällig irgendeinen horrorfilm angeschaut hat oder brutales videospiel gespielt hat ganz ehrlich ich behaupte mal wenn ich psychisch gesunder jugendlicher bin ich meine ich habe früher das ganze zeug computerspiele gespielt und so weiter wenn ihr psychisch normaler stabiler jugendlicher bin habe damit überhaupt kein problem gewalttätigkeit bei jugendlichen auch ganz andere gründe nämlich dass da oben irgendwo was nicht ganz rund läuft ja und das wird mit sicherheit nicht durch horrorfilme angeheizt oder sowas wenn ich ein arschloch bin oder er soziopath oder psychopath dann bin ich das unabhängig davon ob ich horrorfilm anschaue oder nicht ja wenn jetzt anschaut die zwei mädels dort die da in nrw übrigens ganz in der nähe da wo meine liebe frau wohnt da ihre kameradinnen klassenkameradinnen oder freundin da umgebracht haben wenn ich mir das da anschaue ja entschuldigung das hat doch nichts mit irgendwelchen gewalttätigen videospiele zu tun das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen ich meine da gehört sich als strafrecht einmal reformiert und die können sie einfach wegsperrt weil sie eine gefahr für die allgemeinheit sind weiß psychopathen sind entschuldigung und natürlich gibt solche kinder und jugendliche aber das hat nichts mit filmen zu tun und sollten die eingeschränkt werden es gibt altersfreigaben ja das heißt viele horrorfilme sind ohnehin erst ab 18 frei ab 18 bin ich in deutschland volljährig dafür haben wir uns halt entschieden als gesellschaft das ist bei uns einfach so und dann darf ich das anschauen mir geht schon diese ganze indizierung scheiße auf den sorg beschlagnahmen sowieso aber eben diese einschränkungen gibt es ja sowieso zumindest in deutschland auch teilweise in anderen ländern dass sachen dann geschnitten werden oder indiziert werden oder sonst irgendwas was ich schlimm genug finde dass ich als erwachsener in einer gewissen form bevormundet werde ja jugendschutz in allen ehren kinder und jugendschutz selbstverständlich deswegen altersfreigaben sind auch sinnvoll jede weitere einschränkung ist einfach eine gängelung und passt auch für mich nicht in eine freie und offene gesellschaft rein und ich bin wirklich sehr liberaler menschen ok sechstens können horrorfilme dabei helfen persönliche oder emotionale und psychologische probleme zu überwinden oder verschlimmern sie sie eher keine ahnung ich bin kein psychologe leute was ist das für frage bin ich psychologe ich weiß nicht ob psychologen des beantworten können vielleicht vielleicht auch nicht vielleicht wird es auch schlimmer vielleicht jemand der ist schon sich in die hosen scheißt vor allem möglichen ich weiß nicht ob ich dem jetzt irgendwie selbien film zeigen wird oder sonst irgendwas ja ich habe keine ahnung ich weiß es nicht fragt zum psychologen leute siebten sollten regisseure und filmemacher für die psychologischen auswirkungen ihre horrorfilme auf das publikum verantwortlich gemacht werden ja das ist bullshit bist du deppert auf keinen fall ja was ist das für frage nein sollte in knast oder was weiß ein horrorfilm gemacht haben oder weil jemand sagt oh gott ich bin getriggert ich habe ein tausen geschissen hat man kann doch nicht jetzt stellt euch mal vor ich mein diese weichei gesellschaft geht mir ja sowieso auf den sack jeder ist bloß nur opfer und bläht umeinander der hat mich beleidigt das ist doof der ist doof oh gott ja hört es halt bitte auf natürlich man kann von allen möglichen je nachdem in welcher lebenssituation man ist oder schon war wird man vielleicht durch bestimmte auch witze zum beispiel oder sonst irgendwelche dinge getriggert werden das kann sein aber ich es kann doch nicht dann sinn und zweck sein dass ich da überall vorher trigger warnung hinmache und dann womöglich noch die leute die das ja praktisch ins leben gerufen haben oder den witz gemacht haben oder eben ein film dreht haben oder weiß der geier was dann dafür womöglich noch bestrafe ja ich meine überlegt mal wo wir dann hinkommen die gesellschaft ist eh schon verrückt geworden ja man kann schon mal ein bisschen die arschbacken zusammen zwicken und nicht immer die schuld bei anderen suchen weil das wird ja heutzutage nur allzu gerne gemacht schaut einfach wer ist dran schuld ich bin es auf keinen fall es sind immer die anderen schuld das ja so funktioniert unsere gesellschaft heutzutage deswegen also nein auf keinen fall was das für frage geht gar nicht achtens ist es okay wenn horror für mich auf wahren begebenheiten beruhen und somit das leid von echten menschen für unterhaltungszwecke ausgeschlachtet wird ja das mit diesen wahren begebenheiten immerhin ja da der jetzt erst diese damer serie auf netflix große wellen geschlagen jeffield ama kennt es vielleicht diesen serienmörder und und ja natürlich hat er das so ein bisschen ausgeschlachtet ich fand die serie aber auch sehr sehr gut und da sind wir im endeffekt wieder beim punkt vorher ja man kann immer jemanden triggern der womöglich in der situation war oder in einer ähnlichen situation war das ist halt schwierig und meinen wahren begebenheiten ja die damer serie ist mit sicherheit relativ nah dran es gibt aber auch viele andere firme im einen denkt ablos an texas chanser massacre oder hitchcocks psycho die zum beispiel lose auf dieser story basieren ja wahre begebenheiten das ist oftmals natürlich so werbespruch und dann hat es wurde das vielleicht inspiriert von irgendwas und da muss aber dann schon mit der lupe suchen und tatsächlich die gemeinsamkeiten zu finden ja es ist völlig ist natürlich ist es okay ja es ist selbstverständlich okay wie gesagt man kann immer getriggert werden wenn ich jetzt angehöriger zum beispiel um noch mal auf diese damer serie zurückzukehren wenn ich jetzt der angehöriger von einem der opfer zum beispiel oder was bin dann schaue die serie einfach nicht ich schaue die serie nicht damit ich da nicht getriggert wäre das weiß ich doch vorher ich schaue es halt nicht an ich kann doch nicht allen ernstes das dann anschauen und sagen ja jetzt um gottes willen jetzt bin ich hart getriggert das weiß ich doch vorher ja wenn ich irgendwie opfer von einer gewalttat war in irgendeiner art und weise und weiß wenn ich sowas sehe dann zieht mich das runter dann vermeide ich filme oder serien die sowas beinhalten das hat was mit selbstschutz zu tun aber das müssen erwachsene menschen einfach selbst machen und ich kann das meiner meinung nach von erwachsenen menschen auch erwarten ich habe es vorhin schon gesagt wo kommen wir hin das wird sonst einfach nur absoluter wahnsinn deshalb ja natürlich auch wahre begebenheiten sind völlig in ordnung für mich gar keine frage und damit sind wir jetzt durch mit den acht fragen des horror und grusel tags der für mir jetzt eigentlich bloß ein bisschen am rande was tatsächlich mit hause zu tun hat aber was so ist ja ich hoffe das hat euch ein bisschen spaß gemacht und unterhalten ich muss jetzt noch einen kann einen kanal tag oder mehr ich take nur einen kanal und das ist lord gam gam full und ja natürlich wird er den tag alle machen so wie die vorigen text und die in jedem tag doch euch tag ihn in jedem tag es ist mir scheiß egal ja so lang bis er die schnauze voll hat und irgendeinen von diesen dreckstags macht ja nur hat kaum haben voll du persönlich bist getaggt oder lass den tag doch einfach der frau machen ja vielleicht kannst du besser genau da außerdem kann man ein bisschen werbung für noch gar voll machen heftiger kanal heftiger typ können sich alle ausdenken so und damit sind wir jetzt durch ich hoffe hat spaß gehabt es war jetzt schönes video für euch am sonntag und ja schreibt mir gerne eure antworten vielleicht so ein bisschen zusammengefasst in die kommentare da würde mich auch sehr darüber freuen alle kanäle sind natürlich und natürlich erwähnt habe sind unten in der video beschreibung verlinkt schatz da gerne vorbei da freuen sich die leute und ich freue mich auch und lasst einen daumen hoch oder damit runter da je nachdem wie euch das video gefallen hat da verlinke ich euch was zum anschauen da könnt ihr den kanal abonnieren wenn sie es noch nicht gemacht habt und ich wünsche euch noch einen wunderbaren sonntag macht's gut bis denn ciao und servus